einen stellplatz für outdoor automaten bekommen ja das ist teilweise der tat manchmal nicht sehr einfach wenn man nicht weiß wie es geht und gerade am anfang wenn man neu dabei ist ich habe viele kontakte zu neuen operatoren die bereits einen automaten haben und sich selbst aber dabei im weg stehen neue standorte zu akquirieren bzw erstmal überhaupt den ersten zu bekommen gerade beim ersten automaten fehlen dann halt die erfahrungen für ein gespräch um eine mietfläche für einen solchen automaten halt snack und getränke davon rede ich natürlich ja heute geht es darum wie ich mich vorbereite und welche tricks es gibt und worauf ich auf jeden fall dabei achten muss und ich würde sagen wir starten durch mit dem ersten thema und zwar dass der standort selbst ihr könnt hier und da fragen aber es macht natürlich nur da sind wo auch der umsatz immer gleich ist und das sind auf jeden fall wie in der academy schon oft erwähnt die standorte die mitten einen in einem dorf oder im ort oder in einer stadt oder in einer hauptverkehrsstraße sind wenn wir uns zum beispiel hier im umkreis jedes dorf vornehmen den den ortskern halt da ausfindig machen und dann automaten stellen können wir easy ganz einfach eine route aufbauen haben dabei halt im auge vielleicht ein schulweg eine bushaltestelle laden wo welche vor warten oder drinnen warten und zum beispiel im barbershop als beispiel halt eben orte wo viele menschen sind oder langlaufen wo auf jeden fall ein hotspot ist und nicht irgendwo hinterm haus oder ja da gibt es die deutschen stellplatz ideen die nichts bringen geht lieber nach schema f immer vor und ja gleichmäßigen umsatz an allen automaten klar gibt es immer welche die hervorstechen oder welche die sich standorte die sich vielleicht auch nicht lohnen die sollte man dann auch wechseln aber in der regel habt ihr immer dasselbe geld egal in welchem dorf ihr seid oder welcher stadt wenn das diesem schema vorgeht so kommen wir zum thema absagen und ablehnung von möglichen standorten ja also das ist ganz normal und tut auch mir immer wieder weh und aber es kostet halt nichts zu fragen das ist umsonst und wenn man nicht fragt vertut man eine chance das ist ganz klar umso mehr menschen ich frage umso höher ist natürlich auch da eben die chance ein stellplatz zu bekommen und in folgen punkten könnt ihr ja eben was dazu lernen wie man mehr zusagen bekommt und wie man besser im operating durch startet und ja das ist zum beispiel der punkt guckt nach zigarettenautomaten und altkleider container ihr sollt jetzt nicht in zigarettenautomatengeschäft einsteigen aber wenn ihr sowas an einer hauswand oder einer tür oder auf einem hof sieht dann ist auf jeden fall schon mal ganz klar dass dieser mensch sich bereits schon mal geöffnet hat sein herz geöffnet hat für automaten und dementsprechend ist es viel viel einfacher dort auch welche hin zu stellen das heißt erfolgschancen 50 prozent höher als bei einem standardstandort sage ich mal und manchmal hilft da auch etwas schmiergeld der hausverwaltung oder dem mieter oder dem dem hausmeister wenn er sagt hey wenn das dann klappt ich bin auch bereit so eine x als bonus zu zahlen und ja also wer schmiert fährt weiter und somit habt ihr auf jeden fall mit der 100 euro erfolgsprämie noch mal eine zusatz zu sagen zusatzschance mehr diesen standort zu bekommen also das funktionierte bis jetzt eigentlich immer ganz gut finding diese orte sind anlaufpunkte die die leute schon kennen ja da hole ich schon immer meine zigaretten da bringe ich schon immer meine altkleider hin es ist besser als wenn ihr einen ort habt wo nichts weiter ist oder ja wo keiner was von weiß so das vorsprechen es gibt da verschiedene möglichkeiten ist für mich aber ein ganz wichtiger punkt weil manche machen das einfach per e mail oder rufen halt an und das geht nicht ihr müsst immer persönlich vor ort sein die müssen euch also ich sag mal so am telefon wird man leichter abgewimmelt per e mail das löscht man und beantwortet man gar nicht aber wenn man vor ort ist und erst mal den fuß in der tür ist und es schafft ein gutes gefühl rüber zu bringen dann dann ist es viel viel einfacher denn ihr müsst das sehen wie ein verkaufsgespräch in dem ihr euch verkauft eure ware ist in dem fall der automat der da stehen soll und der gegenüber soll aber gar nicht merken dass es für euch angeschäft ist und er muss seine vorteile sehen jeder sieht immer seine eigenen vorteile und das ist mit dem punkt natürlich ganz klar dass er noch nie so viel geld für ein quadratmeter an miete bekommen hat dass er frische snacks und getränke jederzeit zur verfügung hat und so weiter also das ist ganz ganz wichtig dass ihr da immer persönlich vorsprecht und selbst wenn die nein sagen dann kann man ja immer noch sagen ja wenn es in zukunft vielleicht doch mal interessant sein sollte oder vielleicht kennen sie ja noch jemanden und manchmal gibt es da ja auch noch mal ein paar gute kontakte eine infobroschüre erstellen ja da sind wir gerade bei beim automaten land also jeder der monsten automaten kauft bekommt auch eine infobroschüre die er selber editieren kann also verändern kann um die auch seine bedürfnisse zuzuschneiden das heißt eigenen briefkopf rein aber dass der gegenüber schon mal eine information hat wie viel strom verbraucht das ganze also eine mappe und auf diese mappe komme ich jetzt gleich noch mal aber aus dieser mappe suchen wir uns dann so zwei bis drei punkte raus die gegenüber wichtig sein könnten sprechen mit ihnen darüber nicht mehr auf jeden fall nicht mehr punkte weil dann sind die überfordert das können die später immer noch durchlesen wenn die interessiert sind aber nimmt euch ein paar punkte aus dieser mappe raus die auch zu dem standort oder zu dem vermieter passen und redet darüber und das macht dann auch neugierig der mensch möchte wissen was auf den anderen seiten steht und möchte einfach mal sagen lass es doch mal hier lass es doch mal hier dann ist es auf jeden fall so ein ding was wie eine bewerbungs mappe aussieht und ja was man halt auch eben einlaminiert vielleicht im besten fall noch und dann dem kunden einfach da lässt das ist sorgt dafür dieses einlaminieren dass es nicht gleich wegschmeißt sondern entweder zurück gibt oder halt eben länger behält weil wenn etwas aus papier ist das zerknüllt man schmeißt man müll bei sowas hochwertigem da tut man sich doch eher etwas schwer in dieser mappe sind natürlich bilder beispiel bilder von deinen eigenen automaten oder anderen automaten damit er sich was darunter vorstellen kann vielleicht vom sortiment ja informationen über die miete also was über miete bezahlen möchtest nochmal über den energieverbrauch des automaten über telemetrie mülleimer die man dann aufbaut über möglichkeiten der befestigung und auch vor allem der rückbau weil viele haben dann immer angst der bohrt mir das hier irgendwo rein und das kann man eigentlich so machen dass es wirklich sauber aussieht hinterher und dass man sich dann auch noch wieder jahre später noch in die augen gucken kann oder beim schützenfest ein bier trinken kann die notlügen die braucht man am anfang also lügen sind nicht schön und es ist keine schöne sache aber bei einigen hat es auf jeden fall geholfen den ersten automaten aufzustellen das heißt manchmal muss man einfach lügen und ich kenne einige auch sehr große aufsteller die auch am anfang gelogen haben und die ja haben dann halt in ihrer broschüre bilder von eigenen automaten und sieht dann halt so aus als wenn es die eigenen wären und damit verschafft man sich schon mal einen vorteil und zwar dass man nicht als amateur dasteht ein amateur wird nicht so gerne genommen wie ein profi natürlich der amateur da weiß man nicht der fängt ja gerade erst an und sowas der hat ja gar keine ahnung davon und tretet als profi aus auf nicht als amateur das ist auf jeden fall super wichtig wichtiger punkt ein stromzähler anbieten auf jeden fall denn viele denken immer der automat der muss ja unwahrscheinlich viel energie verbrauchen und nein sagt es ist wie ein kühlschrank jeder hat einen kühlschrank zu hause und kann sich was darunter vorstellen keiner weiß wie viel strom der verbraucht aber es hört sich erstmal gut an weil es ist ja nichts schlechtes das hat jeder das kennt jeder das was vertrautes und beim strom hört die freundschaft eben auf weil es halt mittlerweile auch ein teures vergnügen geworden ist es gibt dafür aber im baumarkt stromzähler die sogar per app auch von anderen leuten dann also die diese app haben oder zugang haben per app ausgelesen werden können und das sorgt für transparenz so das heißt man sagt ganz klar ich zahle den strom pauschal in der regel ist es mehr als das was ich verbrauche wir können aber am jahresende einmal ein strich unter die sache machen oder nach ein paar monaten gucken wie viel hat er verbraucht soll mal ein bisschen mehr im winter weniger und auf jeden fall können wir dann hinterher sagen okay muss ich noch was nachzahlen oder nicht wenn es wenn es wenn die 25 euro nicht reichen dann zahle ich halt noch was drauf wenn ich weniger verbraucht habe dann schenke ich dir das es geht eigentlich nur darum dass man dem gegenüber weiß macht dass er keine zusätzlichen kosten erwarten zu erwarten hat also nicht dass er übers ohr gehauen wird und das ist wirklich fair und ordentlich abgerechnet wird fangt nicht an mit prozentual pro verkauften snack irgendwas abzugeben das weckt nur das interesse dass er selber den automaten hinstellen möchte macht es immer nur mit einer festen miete und gerne am anfang halt auch nicht mit festen mietvertrag sondern guckt erst mal also sagt wir probieren es drei monate aus ich mache die befestigung vielleicht noch nicht ganz so doll fest und macht das ganze erst mal mit einer verlängerung schnur hinten um die ecke bevor ich den elektriker rufe und eine stromleitung lege oder der vermieter eine stromleitung legen lässt probieren wir es einfach mal aus und nach drei monaten machen wir halt mietvertrag so kannst du einmal sehen ob die zahlen an dem standort überhaupt passen und da brauchst du auch manchmal drei monate für und du kannst aber auch dem gegenüber die gewissheit geben wenn ihm das doch nicht gefällt dann geht es wieder weg in der regel macht man nicht mal mietvertrag ich kann es euch aber nur ich kann euch nur dazu raten weil wenn der gegenüber mal eine insolvenz hat oder sonst irgendwas und das ist zb im firmengelände dann müsst ihr es über mietvertrag klären dass diese sache nicht zur insolvenzmasse von ihnen gehört sondern euer gerät ist weil sonst ja habt ihr nachher nur rennerei und ärger ja ganz wichtig auf jeden fall nenne immer wieder die vorteile sie als vermieter erhalten die miete der standort ist attraktiver und sauber durch meine zusätzlichen angebrachten mülleimer regelmäßige füllung und wartung überwachung durch die telemetrie da kann gar nichts passieren der automat ist wetterfest sicher neu sauber und wirklich gepflegt und das größte hindern ist es glaube ich bei den leuten gar nicht so ein ding vor der tür stehen zu haben sondern eigentlich die angst dass es ja nicht nicht laufen könnte dass das ihnen nur probleme macht die leute wollen kein problem kind haben niemanden der die alle halbe stunde anruft oder jeden tag oder jede woche die wollen einfach das geld kassieren und ihre ruhe haben und ihr müsst dafür sorgen dass diese ruhe weiterhin da ist indem ihr alle sachen ausmerzt die darum zu passieren ob es der müll ist der darum liegt den muss man mit einsammeln ob es verunreinigung beschädigung oder sonst irgendwas ist oder andere dinge ja ein weiterer punkt den ihr nutzen könnt um standorte zu bekommen ist auf jeden fall social media es kostet wenig zeit und geld in klein anzeigen facebook und von mir auch aus tik tok und sonst wo aufmerksamkeit zu regen ist relativ einfach schaltet selbst eine anzeige oder nimmt ein video auf macht macht den leuten die sache schmackhaft erzählt dass es auch einen bonus gibt für als tippgeber und das geht eigentlich ganz gut kostet nichts kostet nicht viel zeit und bringt euch auf jeden fall definitiv nach vorne weiterer punkt ist vitamin b vitamin b zu haben ist in der stadt manchmal ganz gar nicht so einfach sage ich mal es gibt aber tricks und mittel und zwar sind das versicherungsmarktlohn die kennen eh jeden die wissen wo was geht willst du noch du bietest ihn auch wieder die 100 euro und dann dann hört er sich um dann hört er sich um ja das kann man mitnehmen und da gibt es die banker also wenn ihr zur hausbank geht sprecht ihn ruhig mal darauf an du ich will einen automaten aufstellen hast du nicht noch irgendjemanden im hinterkopf vielleicht kann er sich immer bei mir melden oder so oder es gibt irgendwie immobilien die den bestand haben wo das vielleicht möglich wäre es gibt sogar automaten in einer volksbank habe ich gesehen meine hat sich dagegen gesträubt aber es gibt es tatsächlich ja versicherungen wie gesagt immobilien marktler und so weiter das sind menschen die gut vernetzt sind und mir auch schon oft geholfen haben das ist hier eben so dass man auch da wieder den erfolg mit provision bezahlen sollte denn geld mögen halt alle gerne das ist ja nun mal so einfach fragen ist es kostet nichts und eröffnet ihr so viele türen auch im nachhinein wenn ihr zum beispiel irgendwas im bekanntenkreis habt eine versicherung schickt ihr den dann wieder dahin es ist ein geben und nehmen und ihr müsst gucken halt dass ihr in diesem kreislauf mitmacht und ein teil davon werdet lasst euer geld da wo eure automaten stehen oder wo ihr auch wiederum etwas von habt mein fazit zu der ganzen sache ist es ist nicht schön türklinken zu putzen aber gehört als automaten aufstelle auch einfach dazu am anfang ist es schwieriger nachher ist es einfacher die leute kommen teilweise von alleine nachher mit der mit der zeit bekommst du aber auch skeptiker ja überzeugt und ich finde es ist besser ein nein zu erhalten als gar nicht zu fragen weil man sonst eine option einfach in den mülleimer schmeißen ich hoffe ich hoffe dir hat das video weitergeholfen und ich wünsche dir ganz viel spaß bei der standort akquise und mit den ersten standort und mach dich nicht verrückt lass es langsam angehen und ich denke mal du wirst deinen eigenen weg da finden wie gesagt die nächsten wochen gibt es dann auf dem automaten land für unsere mitglieder sag ich mal für unsere kunden auch die möglichkeit eine broschüre herunterzuladen wo ihr dann euren eigenen namen einträgt und damit dann natürlich noch einfacher vor ort ein standort generieren können also bleibt sauber ordentlich und anständig ich wünsche euch happy wending ciao und Untertitelung des ZDF für funk, 2017